Guten Tag liebe Leute, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen militärhaften Folge Die Young. Ja wir machen jetzt weiter, unser nächstes großes Ziel ist jetzt dort hinten, dieser Funkturm. Dort müssen wir jetzt hin, das ist das große Ziel jetzt von uns hier als nächstes. Aber wir müssen dafür erstmal dort unten durch, durch diesen ganzen Posten, durch dieses gesamte Lager müssen wir dort erstmal uns durchkämpfen. Denn das ist der Stützpunkt von unseren, ja Feinden, von der Gemeinschaft. Aber erstmal müssen wir jetzt überhaupt dorthin. Wir nehmen da jetzt hier diesen Weg. Ich gucke auch mal noch ganz kurz was nach wegen Ausrüstung und so. Joa, sollte passen soweit. Meine Armbrust ist auf jeden Fall ready. So, komm her mein kleiner Hund. Zack. Gut. Ich weiß, hier hätte ich jetzt auch mit dem Stock oder so erledigen können. Das Ding ist bloß, wenn der jetzt gebellt hätte. Ich weiß nicht, ob dann andere hier das gehört hätten. So, wir gucken das mal hier drin. Was haben wir denn hier so? Flaschen, ja daraus können wir Mollos machen. Was war das denn? Ganz leise habe ich dann den Verrückten gehört. Ja, das ist nie so gut, wenn man einen Verrückten hört. Das kann einem schon Angst machen. So, erstmal Mollos herstellen. Jawohl. Oh nein. Uh, das wollte ich jetzt nicht. So, perfekt. So, wir haben hier auf jeden Fall mehrere Wege. Dorthin geht es auch noch lang, genauso wie dort. Ja, dort wollen wir aber nicht lang. Wir wollen dort runter zu dem Posten. Und das würde so auch unser einziges Ziel hier erstmal bleiben. Denn, es wird auf jeden Fall auch nichts einfacher. Ja, also wir nähern uns, würde ich meinen, auf jeden Fall langsam so ein bisschen dem Ende hier. Das eine Ende habe ich ja auch schon mal hochgeladen. Das ist ja das Gemeinschaftsende. Das war natürlich nicht das Hauptende, ja. Das war eines von drei Enden. Denn es gibt insgesamt in dem Spiel drei unterschiedliche Enden. Ich werde schauen, dass ich alle davon hochladen kann, ja, und werde. Muss ich aber schauen, ja, wie ich das hinkriege. Mein Hauptziel ist natürlich das gute Ende, ja. So, hier haben wir ein paar unterschiedliche Wege. An der einen Stelle haben wir eben wenigstens erstmal kurz abgespeichert. Und ich glaube, hier unten wird man dann jetzt bestimmt in das Lager reinkommen. Hier von dem Wasser aus vielleicht. Was haben wir da hinten? Dahinten ist ein ganz großer Gully. Wir gehen mal dorthin. Und gucken mal dort. Vielleicht lässt sich dort was öffnen. Liegt hier was vielleicht? Ja, ein paar Pilze, okay. Nehmen wir natürlich auch mit. Aber sonst so, ja, da ist hier auf jeden Fall nichts gut. Gut, dann gehen wir jetzt in die andere Richtung. Und Leute, lasst auf jeden Fall auch gerne eine Bewertung in Form eines Daumen nach oben da. Um das Projekt natürlich auch weiterhin zu unterstützen. So, und jetzt... Komm schon, hier muss es irgendwo reingehen. Na, mal sehen. Da, da ist ein Tor. Und da vorne ist eine Wache. Lass uns erstmal die Wache, denke ich, ausschalten. Dann kriegen wir vielleicht auch nochmal ein paar extra Pfeile für uns. Komm, bleib bitte ein bisschen ruhiger stehen. Jawoll. Sehr gut. Der wäre ausgeschaltet. Jetzt haben wir hier. Ist ein Schalter. Okay, mit dem kommt man wohl durch das Tor. Aber gibt es vielleicht noch mehr? Halt ja, da drüben sehe ich doch was. Hier auf den Stein und dann dort rüber springen. Dann nehmen wir eher das. Ist unauffälliger. Aber wir wissen noch nicht, mit wie vielen Leuten wir jetzt hier integrieren. was wir zusammen zu tun haben. Hier bei diesen Militärposten. Ich denke halt auf jeden Fall, viele werden hier sein. So, da drüben ist noch einer. Komm. Nein, kein Treffer. Na super, daneben geschossen. Okay, zu dem gehen wir dann gleich einzeln, denke ich mal, hin. Sonst verschieße ich jetzt hier zu viele Kugeln so daneben. Jawoll. Den habe ich auch getroffen. Und dort oben habe ich gerade noch ein Laufen gesehen. Gut, wir gehen das mal hier runter. So, Moment. Hast du Pfeile? Ach nein, der hat ja keinen Bogen, äh, keine Armbrust gehabt. Und daher kann er auch keine Pfeile haben. Ah, hier brauchen wir mal kurz die Pressstange. So, komm mal her. Zack. Einmal damit das gute Ding jetzt hier öffnen. Und da drüben. Dort ist der Fein von eben. Ah, Mist. Kein guter Treffer. Na super. Bitte hab viele Pfeile dabei. Nein, hat er nicht. Äh, das ist bedauerlich. Ist der eine Pfeil, den wir daneben geschossen haben, hier irgendwo. Ah, leider sehe ich ihn halt hier auch nirgendwo. Hm, das ist gerade nicht so gut. Weil wir haben jetzt nur noch drei Stück. Suchen Sie die Orientierungspunkte. Aufgabe hinzugefügt. Okay. Ich zeige mal die Aufgabe her. Erreichen Sie den Punkt. Wow. Hauptsitz, Schießstand, Quartiere, Hundedrainingslager, Antiquitätenlager, Militärlager. Okay, die ganzen Orte müssen wir für die eine Nebenaufgabe hier finden. In dem Lager. Alles klar. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Komm. Hi. Nein. Jawohl. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha? Nein, daneben. Kollege, halt still. Jawohl. Ja, und ich muss sagen, hier mit den vielen Gegner macht das gerade schon Bock. Ja, also, auf jeden Fall ein ganz cooler Abschnitt hier so im Spiel. Muss ich schon sagen. Hier kämpft man gerade auf jeden Fall ein bisschen mehr. Auch nicht schlecht mal, ja. Aber das muss ich schon ganz klar sagen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Survival-Features noch gewünscht im Spielverlauf. Das muss ich aber schon mal noch so dazu sagen. Man hat halt sehr oftmals gegen Hunde gekämpft. Oder gegen andere Tiere. Am ganzen Weg so bis hierher. Also nicht so oft gegen diese Menschen. Aber gut. Wären die auch Nu gekommen, wäre es auch irgendwie wieder ein bisschen komisch gewesen. Ich hätte mir halt aber auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen, das wäre ein kleiner Wunsch von mir. Aber das würde jetzt bestimmt nicht mehr passieren, weil wir uns halt Richtung Ende nähern, dass halt das Survival noch ein bisschen mehr ausgebaut gewesen wäre. Aber nun gut, grundsätzlich habe ich halt Spaß mit dem Spiel. Von daher passt das schon so, wie es alles ist hier. So, wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit, was hier so gibt. Adrenalinschuss, reduziert Ausdauerverlust für kurze Zeit. Okay, wir haben das Ganze dreimal hier. Ja, und am besten wäre jetzt so ein Ort, wo man Sachen lagern könnte. Weil ich muss sagen, ich würde ganz gerne hier einfach alles mitnehmen von den ganzen Stationen, die es hier gibt. Und dann einfach alles zu Hause, was heißt zu Hause, ja, in unserem Bunker-Dings lagern. Das wäre dann so ein bisschen hier mein Ziel. Muss ich ganz klar sagen. So, das hauen wir uns mal rein. Und dann machen wir direkt daraus auch nochmal ein Molo. So, komm her. Zack, perfekt. Ja, also Molotovs haben wir jetzt recht viele. Was gibt es hier noch so? Ja, nicht viel, aber passt schon so. Das sind halt auf jeden Fall die Schlafquartiere hier. Hier sind die Toiletten von unseren Feinden. Ja, und wenn man hier auch einfach mal so schaut, wie viele Becken hier sind, da sieht man schon alleine dadurch, dass das halt schon eine große Gruppe ist. Und es ist schon bemerkenswert, was sie sich hier auf der Insel aufgebaut haben, ja. Ich meine, jetzt muss ich zwar nicht unterstützen, was sie hier getan haben und so, aber es ist schon bemerkenswert, was sie sich alles hier aufgebaut haben. Auf der gesamten Insel so grundsätzlich. Einfach, wenn man sich das alles mal so reinzieht. Wir suchen auf jeden Fall jetzt erstmal jeden Raum noch, denke ich. Okay, das ist ein Speisesaal. Oh, ich höre einen Hund. Ist der hier drin? Oder draußen? Okay, hier haben die jede Menge Nahrungsvorräte auch. Vorratsraumschlüssel. Okay, wo ist denn hier noch ein anderer Vorratsraum? Hm. Jetzt muss es noch einen geben anscheinend hier. Gut. Wir holen uns das mal rein. Das kommt auch mal noch weg. So. Dann nehmen wir hier nämlich noch die Dosen mit. Gut, perfekt. Halt, Moment. Der eine Raum dort hinten mit der roten Tür, der ging ja eben einmal nicht auf. Dann ist das vielleicht der Vorratsraum. Kann schon gut sein. Gucken wir mal ganz kurz was. Kann ich die Tasche nochmal vergrößern? Nein. Ich bräuchte diese Materialien, die wir von Tieren bekommen. Okay. Sollten wir vielleicht gleich diesen Hund suchen. So, was haben wir hier für einen Brief gefunden? Tagesordnung der Miliz. 5 Uhr wegsignal. 5 Uhr 30 Appell. 6 Uhr bis 7 Uhr 30 Training. Danach Frühstück eine Stunde. Danach Patrouillieren mehrere Stunden. Mittagessen. Das andere wurde bei dem Dorsch gestrichen. Abendessen, Licht aus. Okay. Halb 10. Gehen die alle schon schlafen? Na gut. Ich meine, sie stehen auch um 5 Uhr auf. Ja. Ist schon sehr zeitig. Ich stehe meistens so um 6 Uhr auf. Um 6 Uhr. Manchmal um halb 7 Uhr. So im groben. Halb Viertel 7 Uhr. Um 6 Uhr rum. Das ist so meine Zeit, wo ich immer aufstehen muss. So. Manchmal aber auch zeitiger. Es gibt auch Tage, da stehe ich manchmal um 4 Uhr auf. Also von daher, ja. Mit der Zeitig schlafen dort, kann ich schon verstehen. Bei den ihrer Notiz. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, ob es der Miliz unbedingt so gefällt. Weil auf dem Zettel stand ja auch unten drunter. Da hat er ja manche Sachen durchgestrichen. Bla 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 bla. Hat der Typ ja auch drauf geschrieben, den das Dokument gehört. Dementsprechend hat ihm das nicht unbedingt so gefallen. Dieser Tagesablauf dort. Jawohl, wir haben das Lager gefunden. Und ich hatte recht mit meiner Schlüsselvermutung. So, was haben wir jetzt hier drin? Ah, hier könnte man Mollys noch mehr machen. Hier jede Menge Dosen. Ja, mehr kann ich hier gar nicht mitmachen. Ja, weil ich bin halt schon voll. Ich bin halt jetzt schon voll ausgestattet. Mit allem. Und oben wäre noch gleich ein Gegner. Da gehen wir gleich hin. Äh, ja. Oder direkt erst mal. Damit wir den erst mal loswerden. Und ich bin gespannt schon auf dieses große Haupthaus, was wir dort hinten sehen. An dieser einen Stelle. Nein, die Pfeile. Ach, na super. Natürlich flutscht er hier runter. Kollege. Warte auf mich. Ich würde eine Pfeile haben. Wo ist denn der hin? Ah, da. Wie er dort so da liegt. Mit seinen Händen. Wunderschön. Er pulsiert bestimmt für ein Fotoshooting oder so. Wow, Hilfe. Komm, weg mit dir. So, hier muss ich mal eben was machen. Oder auch nicht. Ich dachte, ich hätte hier vorne etwas gesehen. Hm. Hab ich mich wohl getäuscht. Ich dachte, ich hätte hier vorne von dort drüben aus was gesehen. Gut. Da hinten auf der Mauer läuft einer rum. Ja, von hier aus zu feuern müssen wir eigentlich auch erst gar nicht probieren. Das wäre mehr oder weniger sinnlos, sag ich mal so. Gut. Wir gehen mal hier unten weiter. Ach du Schreck, was der Schießstand. Ach du Schreck. Okay, eine Schildfest dort unten komme ich bestimmt gut an. Und Pfeile ran. So wie die gerade dort hinten rumschießen. Okay, ein ausgeschaltet von denen. Zwei ausgeschaltet. Jetzt auf das Dach springen los. Oh. Aua. Und dritten ausgeschaltet. Hoho. Das war gerade schön gemacht von mir, wie ich finde. Also da muss ich mich selber mal loben. Ich finde, das sah echt cool aus, wie ich das gerade gemacht habe. Wie die so rüberspringen und so. Das sah schon elegant aus. Wie ich finde. Na super. Und ich kann nicht noch mehr Pfeile mitnehmen. Ach du Schreck, hier liegen auch noch mehr Pfeile rum. Hilfe. Ich muss irgendwie das Zeug lagern. Ich brauche einen Lagerort. Ich brauche so einen Schutzraum. Aber ich kann ja jetzt schlecht erst mal zurückrennen. Was haben wir hier? Hunde. Hier ist das Hundetrainingslager. Im Hai. Mein kleiner. Komm ich hier rein? Nein, zu. Dort hinten komme ich aber rein. Alles klar. Dann erstmal Brecheisen ausrüsten. Und hier den Weg öffnen. So, komm her. Perfekt. Tür ist auch hier zu. Dann oben rein. Und hier geht es wieder raus. Klopp. Dann haben wir ein Dokument. Okay. Was haben wir hier noch so? Ein paar Pflanzen. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal die Hunde besiegen. So viel steht fest. Hier sind die Käfige von denen. Hier ist nochmal Heilung. Was haben wir hier? Was sind das denn für Dinge? Okay. Ich werfe mal was dafür weg. Moment. Ich weiß, wie wir es machen. Dass wir Platz kriegen. Molotow einmal nehmen. Kommt mal bitte mit. Los. Folgt mir alle. Huhu. Beachtet mich. Ja. Los. Beachtet mich. Aua, 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 aua. Das war etwas anders geplant, muss ich gestehen. So. Ja, folgt mir. Komm schon. Jawohl. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Nochmal drauf. So, kommt alle noch her. Ja, so ist es gut. So, perfekt. Es hat funktioniert. Auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr Mollys verbraucht haben, als ich eigentlich wollte. So, was haben wir hier? Beinschützer. Okay. Wir lesen uns gleich mal durch, was die für ein Boni geben. Denn wir haben ja an sich schon etwas als Hose. Aber das ist eine andere. Gut. Da gucken wir mal nach. Beinschützer. Muss Teil der Hunderausbildungsausrüstung sein. Ich denke, sie ist bissfest. Reduzieren. Sie schäden durch Feinde mit vier Beinen. Verhindert Schlangenbisse. Gut. Ziehen wir an. Dann haben wir aber dafür wieder etwas mehr Fallschaden. Wenn ich jetzt stürze oder so. Das ist dann dafür der Nachteil. Aber nun gut. Das muss ich halt so dann jetzt akzeptieren. Aber es ist halt auch nützlich. Muss man halt auch ganz klar sagen. Ein bisschen weniger Schaden so. Ja, das hat noch nie geschadet. Vor allem in so einem Gebiet hier. Hier sind ja gerade schon viele Gegner. So, erstmal hier was reinhauen. Zack. Jawohl. So, weiter geht's. Noch mehr reinhauen. Ja, perfekt. Und jetzt einmal hier alle Türen, würde ich sagen, öffnen mit dem Schlüssel. Ähm, guten Tag. Haben die hier einen ihrer eigenen Leute angebunden? Das sieht so aus von der Rüstung her, wenn man sich das mal so ansieht mit der Hose. Das ist einer von den ihren eigenen Leuten. Würde ich sagen, wenn ich den so sehe. Also die Klamotten, ja, wenn man da jetzt noch ein bisschen rot dran sehen würde, dann steht es fest. Das ist einer von denen. Aber so kann ich es noch nicht ganz genau sagen. Aber ich glaube, das ist einer. Ich glaube, das ist einer von den ihren eigenen Leuten, den die hier gefesselt haben. Okay. Gut, wir gehen dann mal weiter. Wir werden uns jetzt hier nicht allzu weit noch für diesen Posten angucken. So viel steht auf jeden Fall auch fest für mich. Denn wir können halt eh nicht mehr so viel mitnehmen. Und von daher wäre das dann schade, jedes Mal das ganze Zeug hier liegen zu lassen. Dementsprechend machen wir es einfach so, dass wir wenn dann hier nochmal her zurückkehren. So machen wir es, wenn, dann denke ich eher. So, perfekt. Die beiden sind besiegt. Aber merke ich ja auch alleine schon an den Pfeilen, ja. Da hätten wir viel, viel, viel mehr mitnehmen können. Was haben wir hier? Bestellungen. Eulenförmiger. Ab Gott. Okay. Die haben diese Figuren, die man immer mal wieder hier sieht, anscheinend bestellt. Hier haben die ihr ganzes Zeug, was sie bestellt haben. Hm. Interessant. Ich muss nur sagen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über diese Eulenfigur herausfinden. Oh nein. Na super. Das hat uns jetzt auch noch gefehlt. Oh. Jetzt kommen bestimmt gleich Leute hierher, oder? Ich sehe es schon kommen, ehrlich gesagt. Hm. Der Alarm ist wieder aus. Okay. Da kommt anscheinend doch niemand hier. Ich hätte jetzt gedacht, ja jetzt kommen solche Krieger hier, weil der Alarm und so aktiviert worden ist. Aber nein, das bleibt ganz still hier. So. Und da oben ist der Funkturm, wo wir hinwollen. Dort ist unser Hauptziel. Dort gehen wir dann jetzt auch hin. Würde ich meinen. Nirgendwo anders jetzt noch hier hingehen. Wir gehen einfach nur noch dorthin, zum Hauptziel. So. Was haben wir hier noch? Was zu trinken. Kann ich leider auch wieder nicht mitnehmen. Da vorne ist noch eine Wache. So. Komm her. Jawoll. Ausgeschaltet ist der. Oh. Da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Komm. Nein. Ja. Ich könnte ihn eben nicht abfeuern. Komm schon. Ja, mit dem abfeuern und so, das ist manchmal so eine kleine schwierige Sache. Aber man ist nun nicht unbedingt so schnell mit der Empfindlichkeit, wenn ich hier so in das Visier gehe. Wenn man hier so drauf achtet. Aber ich werde es auch nicht verstellen, weil so die normale Empfindlichkeit und so gefällt mir grundsätzlich. Und so passt das eigentlich auch so langsam, weil da ist man eigentlich auch recht, ja, präzise, sage ich mal so. Also wenn man ganz schnell damit so wäre. So. Gut, nochmal hier durch. Da oben ist jemand. Und da hinten ist dann auf jeden Fall auch gleich der Turm. Turm, ich komme. Ich nähere mich immer mehr dir. Ja, wenn hier nicht nochmal diese Krieger wären und so weiter. Oh, oh. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Haut ab, haut ab, haut ab. Oh, 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 oh. Geh weg. Oh, lauf, 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 lauf. Spielfigur. Lauf, 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 lauf. Erstmal heilen. Neue Pfeile reinstecken. Los, steck rein. Jawohl, einer weg. Jetzt ist der dort. Jawohl, wieder einer weg. Hier sollte noch einer oben sein, oder zwei. Wenn ich richtig gerade alle so gesehen habe, ist eines mal irgendwo nochmal an der Seite einer. Los, komm ran. Komm dran. Hier erstmal ganz fix. So, zack. Perfekt. Hier nochmal die Materialien mitnehmen. Dahinten ist jetzt nochmal einer. Zack. Perfekt. Seiten hier sehen sicher aus, ja. Hier können wir nochmal ein bisschen was auffüllen. So, komplett auftanken hier. Und Mollys auch herstellen. Feine Sache. Was hast du noch für mich? Jawohl, drei Pfeile. Irgendwie so ein bisschen Metall und so. Und hier bräuchten wir immer das Brescheisen. So, Brescheisen einmal rausholen. Zack. Moment. So. Perfekt. Also, wo bin ich denn jetzt hier? Also, dort geht es auf jeden Fall nicht weiter hoch zum Punktturm. Das ist aber dafür ein Weg in eine andere Richtung. Hier kommt man anscheinend wieder mehr zu dem ganzen Posten und so weiter hin. Ja, hier geht es dann auch nach unten und so. Der Weg hier führt wieder zum Posten. Alles klar. Also eine Abkürzung. Halt mal kurz dort gucken. Ist hier was bei der Schachtel? Nein. Der Container ist auch leer. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Da drüben ist nochmal so eine Pflanze. So, nehmen wir mit. Was haben wir hier noch für einen Weg? Hopp. Geh hoch einmal. Hm. Führt anscheinend zu nichts. Ja. Ist nur eine Art kleine Abkürzung nenne ich es mal. Ja, hier kommt man wieder hierher. Oder was heißt Abkürzung? Ja, ein anderer Weg halt, um dort hinzukommen. Gut. Gibt es hier oben noch was? Ne, hier sieht auch alles leer aus. Punktturm, ich komme. Hier ist auch nochmal. Hier ist auch nochmal eine andere Abzweigung. Ja, da können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Wird aber wahrscheinlich sein, wie der Weg von eben so. Dass es einfach nur wieder dort runter führt. Wo, von hier aus hat man einen ordentlichen Ausblick. Halt. Sagen wir den hier. Jawoll. Schutzraum. Okay. Erstmal ein bisschen was lagern, denke ich. So. Das rein. Das rein. Was tun wir denn noch rein? Das. 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 Das nehmen wir noch. So. Perfekt. So passt das, denke ich. Gut. Dann haben wir jetzt auch mehr Plätze wieder. Und das bedeutet auch, wir können dort unten wieder ein bisschen mehr einpacken. Bei diesem ganzen Stützpunkt und so weiter. Und jetzt gucken wir zum Funkturm. Oh, lieber mal Armbrust auspacken. Der Funkturm wird bestimmt auch nochmal bewacht. Ah, lass mich raten. Ich muss bestimmt das hochklettern. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das irgendwie... Mal sehen. Hier liegt auf jeden Fall jemand. Okay, was hat er denn da für ein Dokument dabei? Was? Gold. Gold. 1, 4, 0, 4, 8. Hm. Wenn ich mir den auch so anschaut, das sieht so beschengekleidet aus wie diese ein verrückten Kollegen. Aber was wird er mir mit diesem Gold sagen? Dieses 1, 4 Dings da drauf? Das ist vielleicht eine Frequenz, könnte ich mir vorstellen. Halt, das kann ich denn hier machen. Okay. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt angemacht. Ja. Ah, okay. Dann läuft jetzt hier bestimmt Strom drauf. Okay, 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 verstehe. So. Einmal hier das Schloss jetzt öffnen. Und einmal hier reinschauen. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Minenschutzraum, Moment mal, wir hatten doch eine Mine hier in der Nähe mal. Vielleicht ist der dort. Der meinte gerade, er ist in einen Minenschutzraum gestürzt. So, jetzt gehen wir von da? Nein, ich bin in der Nähe. Was kannst du sehen rund um dich? Es scheint ein Miner. Däggen diegern, wettbewerb, 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 einfach ein Miner. Any andere clue? Ich weiß nicht, ich bin in einem Abandone Miner. Ich bin nicht sicher, ob es hilft, aber ich kann das Geräusch hören. Es ist repetitivisch und wunderschön. Kannst du von da? Okay, wir nehmen mal noch diese zufällige Frequenz, oder so diese andere? Hallo? Kannst du, jemand, mir leid? Nahir? Nahir? Äh, nein, Daphne hier. Nahir? Nahir? Nein, 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 hörst du. Ich brauche Hilfe, okay? Wer bist du? Mein Name ist Daphne. Ich war schüttet. Hallo? 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 Ich möchte mit Ibrahim sprechen. Ich weiß nicht, ich weiß nichts über diesen Mann. Ich brauche Hilfe. Bring uns Ibrahim, and we'll help you. Who the hell is this Ibrahim guy? None of your business. Just put him on the radio. Where would I even find him? They are holding him captive. Can you please be more specific? Look for the prisons at the military post. He's probably in a separate cell, away from the others. Where can I find him? Where can I find him? Look for the prisons at the military post. He's probably in a separate cell, away from the others. He's probably in a separate cell, away from the others. Got it. Who are you people? We're the ones that can get you out of there, if you bring Ibrahim with you. About that, Ibrahim. Alles klar. Okay. Soll er noch einen Ibrahim finden? Beim Militärposten meinte der ja. Soll er in einer extra cell sein? Hm. Beim Militärposten waren wir ja schon fast überall. Bis auf bei dem großen Hauptgebäude. Dann ist er vielleicht dort eingesperrt. Ich mein, da sind ja auch nochmal extra Zäune drum. Dann ist das vielleicht eine Art deines Gefängnis. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir auch hin müssen als nächstes. Hm, aber vielleicht erstmal als nächstes unseren Freund suchen. Ja, das wäre vielleicht nochmal ein bisschen cleverer. Erstmal den Andre. Ja, vielleicht sollten wir das eher erstmal machen. Den Andre. Hier, finde Andres Versteck. Erreichen sie die alten Minen. Gut, dann denke ich machen wir das dann in der nächsten Folge. Hier machen wir dann jetzt erstmal Schluss. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Lasst gerne eine Bewertung hier da. Und bis zum nächsten Mal Leute. Tschüssi. Musik